ja hallo leute herzlich willkommen zum neuen video hier bei the captain phil ich bin wieder draußen unterwegs heute am sonntag es ist wunderschönes wetter es ist herrlich sonnig es ist hier im wald leichter nebel überall und es wirkt alles richtig schön richtig idyllisch lauf aktuell zur waldhütte aber wieder schauen was abgeht ob alles in ordnung ist wo ich das letzte mal dort habe ich gesehen dass das dach ich habe ja auf dem dach diese tarps aufgespannt die halten relativ gut das hat ziemlich gut geschützt kein wasser im inneren kein wasser auf der tasse und schauen wir heute mal wie es aussieht ob alles soweit passt und es bisher immer noch trocken ist genau nächste woche ist ja heiligabend nächsten sonntag und vielleicht bin ich dann dort auch in der waldhütte mal schauen ich habe mir überlegt heiligabend in die waldhütte zu gehen und dort noch mal zu übernachten und mir schön was zu kochen die waldhütte ein bisschen weihnachtlich zu dekorieren ja guck mal einfach mal zwar ist der plan eventuell nach amerika zu gehen eventuell in die usa zu gehen aber das war dann doch alles ein bisschen zu kurzfristig und alles zu knapp und deswegen geht es an heiligabend vielleicht in die waldhütte wird euch auf jeden fall mitnehmen so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's mit dem heutigen Video. Ab in die Natur. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Captain Phil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.